Bereits am Morgen grüßte der Schneeberg bis Alt-Erla. Wir trafen uns bei Prachtwetter in Bad Genau zu einer Rundwanderung. Frühlingsbooten zeigten sich gleich beim Anstieg hinauf nach Meierhöfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nach eher kurzer Rast, wegen des strammen Windes, wurden die Schützenhöfe erreicht. Der Schneeberg erstrahlte in voller Größe im Blickfeld. Musik Am höchsten Punkt der Wanderung wurde von der Kernstockwarte der Rundblick genossen. Und kurz darauf beim Höwirt Mittagseinkehr gehalten. Musik Am Rückweg hatten wir leider viel Angst. Musik Am Rückweg Musik Am Rückweg Am Rückweg Am Rückweg Am Rückweg Am Rückweg Untertitelung des ZDF, 2020